Ist das hier der womöglich effektivste Immunbooster zur Aktivierung des Immunsystems für eure Garnelen? Das Shrimpfit von Glasgarten wird in der Garnelenzähne schon seit langem als ein besonders potentes Ergänzungsfuttermittel für Ziergarnelen gehandelt und in diesem Video werde ich mir dies mit euch einmal genauer anschauen und beurteilen, ob dieses Wundermittel für die Gesundheit von Garnelen nur etwas für spezielle Garnelenzüchter ist oder sogar in das Basisfuttersortiment eines jeden Garnelenliebhabers gehören sollte. Also bleibt gespannt und schaut's euch an! Mein Name ist immer noch Eike und für all diejenigen, die mich und meinen Kanal hier noch nicht kennen, ich mache hier immer wieder informative und unterhaltsame Videos rund um das Thema Aquascaping und Aquaristik und wenn dich das ebenfalls interessiert, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine neuen, spannenden Videos mehr zu verpassen. Und zum Ende dieses Videos gibt es dann sogar noch ein Gewinnspiel und ihr habt die Chance, eins von insgesamt zehn dieser Döschen hier zu gewinnen, um das Ganze einfach mal selbst bei euren Garnelen auszuprobieren und euren Garnelen etwas Gutes zu tun. Also unbedingt dranbleiben und eure Chance nutzen. Eine wichtige Sache zum besseren Verständnis direkt einmal vorweg. Garnelen haben ein sogenanntes primitives, angeborenes Immunsystem, das anders als bei uns Menschen beispielsweise nicht lernen oder sich an irgendwelche vorherigen Infekte oder Krankheiten erinnern kann, sondern das bedeutet, das Immunsystem von Garnelen bei jeder neuen Infektion selbst gegen eigentlich altbekannte Angreifer von null an sich neu wehren muss. Somit ist es wirklich wichtig, dass das Immunsystem der Garnelen gestärkt wird, sodass es optimal arbeiten und die Garnelen gesund erhalten kann und überhaupt in der Lage ist, diese zu beschützen. Wenn du Garnelen in deinem Aquarium hältst, hast du eventuell schon mal davon gehört, dass bakterielle Infektionen bei ihnen vorkommen können. Insbesondere immer, aber eben nicht nur dann, wenn sich etwas an der Zusammensetzung des Ökosystems ändert. Bakterielle Infektionen bei Garnelen in Aquarien werden dabei oft von sogenannten nicht pathogenen Bakterien verursacht. Das sind letztlich eigentlich ganz normale, relativ harmlose oder sogar tendenziell eher unbedenkliche Bakterien, die auch wirklich in jedem Aquarium und jedem lebenden Organismus vorkommen und erst dann, aber eben dann sehr schnell zu einem Problem werden können, wenn das Immunsystem geschwächt und oder eben nicht schnell genug aktiviert wird. Denn ohne ein entsprechend gestärktes Immunsystem können Garnelen bzw. deren Immunsysteme nicht gegen diese Bakterien oder andere Angreifer antreten und sich überhaupt behaupten oder wie auch immer, sie werden halt einfach schnell krank und geschwächt. Und eben genau an dieser Stelle kommt jetzt das Shrimpfit von Glasgarten ins Spiel. Denn anders als normales Garnelenfutter unterstützt dieses Spezialfutter in Form eines Ergänzungsfuttermittels direkt das Immunsystem der Garnelen. Bei dieser Aufgabe, indem es als Immunbooster auf verschiedene Prozesse aktiv und positiv mit einwirkt. Die Inhaltsstoffe von Shrimpfit bieten dabei viele Vorteile für die Gesundheit der Garnelen, denn diese Inhaltsstoffe haben nicht nur eine hohe Bindungskraft bei der Inaktivierung von Toxinen, also jeglicher Art von Giften, sondern aktivieren und vermehren die nützlichen Abwehrfresszähnen und bilden einen wichtigen Schutzfilm auf der Darmschleimenhaut der Garnelen aus. Die ernährungspsychologisch wichtigen Wirkstoffe wie Beta-Glucane, Manan-Oligosaccharide, Mineralien und Chitin verbessern dabei insbesondere die Abwehrkräfte der Garnelen und werden in ihrer Gesamtheit der Produktrezeptur offensichtlich sehr gut und gerne in Pulverform, selbst von den kleinsten Garnelen hier dankend, aufgenommen. Beta-Glucane sind übrigens unter anderem die mit wichtigsten Wirkstoffe im Shrimpfit, denn sie werden letztlich vom Immunsystem der Garnelen als quasi Erreger erkannt und lösen somit eine Immunaktivierung in den Tieren aus, ohne dabei allerdings Krankheitssymptome zu verursachen. Somit werden dann weitere Zellen für die Immunabwehr gebildet, die den Körper von neuen Erregern effektiv schützen und die Reaktionszeit für eine Abwehr senken können. Manan-Oligosaccharide fördern dabei noch zusätzlich die positiven probiotischen Bakterien im Darm und Mineralien und Chitin unterstützen dann den Aufbau des Exoskeletts und wirken den leider recht häufig anzutreffenden Häutungsproblem der Garnelen entgegen. Eine reibungslose Häutung ist für den Garnelenorganismus ein großer Kraftakt und insbesondere während dieser Zeit sind Garnelen oft geschwächt und leicht verwundbar und selbst auch gegenüber den eigenen Artgenossen angreifbar. Daher ist es umso wichtiger, dass die Häutung bei ihnen recht schnell und ohne Komplikationen abläuft und eine gute Möglichkeit, das Immunsystem der Garnelen zu stärken und sie letztlich gesund zu halten, ist somit nicht nur die übermäßige, aber konkret eben die regelmäßige Zufütterung von Shrimpfit. So wie bei uns Menschen letztlich ist es ja auch so, dass eine regelmäßige Versorgung mit Vitaminen genauso zum allgemeinen Wohlergehen und einem gestärkten Immunsystem beiträgt. Ich persönlich nutze es im Wechsel mit dem Bacta AE und anderen Garnelenfutter circa zweimal wöchentlich und zwar immer losgelöst vom regulären Fütterungsintervall, sodass die Garnelen sich zu 100% auf dieses Futter konzentrieren und nicht abgelenkt werden. Bei mir gehen, wie zu erwarten, nicht nur die Garnelen, sondern alle Fische und Schnecken an das offensichtlich lecker anmutende Pulver heran, welches man einfach auf die Wasseroberfläche geben kann oder zuvor in etwas Wasser aufgelöst dem Wasser feingelöst zuführen kann. Letztlich egal wie er es da reicht, die Garnelen freuen sich und weiden es sowohl an der Wasseroberfläche als auch auf dem Grund und dem Hardscape genüsslich ab. Okay, so weit, so gut, aber ist dieses per Definition Spezialfutter jetzt eher etwas für spezielle Garnelenzüchter oder auch für normale Ziergarnelenhalter. Meine Meinung dabei ist ganz klar, es ist zwar ein speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Ziergarnelen abgestimmtes Spezialfutter, enthält aber grundlegende hochwertige und funktionale Inhaltsstoffe und steigert die Gesundheit und Lebenserwartung aller Garnelen. Somit mein ganz klares Credo, es ist definitiv nicht nur etwas für ambitioniertere Garnelenhalter oder Züchter, sondern gehört zum letztlich Basisfutterarsenal eines jeden ernsthaften Garnelenhalters, dem die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Garnelen wichtig ist. Denn ähnlich wie bei uns Menschen, natürlich geht es auch mal eine gewisse Zeit lang zumindest irgendwie gut ohne Vitamine, wenn es denn mal sein muss, aber mal ganz ehrlich, will man das? Ich persönlich nutze das Schwimmfit bereits seit vielen Jahren für meine Garnelen in all meinen Becken und habe sogar bereits Erfahrung mit dessen Vorgängerprodukt schon machen können, dem damals sogenannten Beta-Glucan, welches, ich glaube, vor über vier Jahren schon von dem Schwimmfit dann mit der verbesserten Rezeptur letztlich dann abgelöst wurde. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit Garnelenkrankheiten, Häutungsproblemen beziehungsweise mit der Gesunderhaltung von Garnelen durch eventuell solche Zusatzfuttermitteln? Nutzt ihr eventuell sogar schon dieses oder ein anderes Spezialfutter? Und wenn ja, welches und was sind dabei eure Beobachtungen bezüglich Vitalität, Agilität und Gesundheit der Tiere? Oder was macht ihr, sodass es euren Garnelen möglichst lange, möglichst gut geht? Lasst es mich und uns allen hier unter dem Video in den Kommentaren wissen. Ergänzende Infos zur allgemeinen Fütterung von Garnelen erhaltet ihr übrigens hier in diesem Video, welches ich euch jetzt einmal rechts oben einblende und auch in der Videobeschreibung nochmals verlinkt habe. Den Link zu diesem Produkt der Marke Glasgarten vom Garnelenhaus und weiterführende Infos findet ihr wie gewohnt ebenfalls in der Videobeschreibung. Und für all diejenigen, die jetzt an dem Gewinnspiel teilnehmen wollen, die schauen bitte einmal in die Videobeschreibung, denn dort steht nochmal alles ganz genau, was ihr wissen müsst und beachten müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Teilzunehmen